so moin leute hier ist euer color nein hier ist euer turmich mich dark soldier a.k.a suleyman hauptbefehl und blackhawk mike yo ich bin toby toby und duke nur kümis mike alles klar und wir zocken heute left for land 2 also ich sage left for speed nur weil ich schwarz bin ja ich habe hier den schwarzen und heute zocken wir das karneval äh dunkler karneval auf normal erstmal normal und da würde ich mal sagen alle über die machin da auch hier wie ihr gleich sehen werdet bin ich der typ der die hier durchcarrieren muss und da wir unser adi carry hundern prozent das video kriegt 35 aufrufe höchstens hundern hundern das film hat gefiel jetzt hundern gleich so siehst du alter das film hat sein vorstirb zu fettel abhang runter ach man hätte das von meinem kopf gefallen ey was das denn alter suche fehlgeschlagen jo ach ne 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 ich meine dieses steam server hier das ja guter alter wir müssen hier leider ein bisschen warterei machen ne das schneiden wir einfach aus was geht denn hier ey was ist denn wieder los Es ist doch nicht mehr feierlich, sowas. Einen Server genommen. Okay, also das geht. Na, es geht. Ich bin der... Ich bin ein bisschen Booster, ne? Also das Spiel ist ein sehr, sehr altes Spiel, aber macht trotzdem sehr viel Spaß noch für dich. So alt ist es jetzt auch noch nicht. Ja, geht, ne? Es ist schon... Zwei Jahre oder so? War, 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 war. Zwei Jahre, ne? Der zweite Teil ist noch gar nicht so alt. Ja, aber... Zwei Jahre und nie mehr. Es kam... Kurz vor GTA 4, 2007. GTA 4? Ja, da kam 2007 raus. Aber nicht. Ja. Ja, doch, das kann gut sein. Das kam wirklich, äh... Schupper hierchen her. Aber der und, äh... Der folgt ein. Es gab schon etwas sehr, also länger. Ich brauche einen Moment. Allein mit dem Auto. Es müssen ein paar Dinge gesagt werden. So, erstmal direkt hier ein paar... Medifacts sehen wir. Scheiße, ich hab, äh... Das Ding nicht angemacht. Ich bin ein Uncut-Patch? Fail. Ich kann nicht laufen. Ja, wie, du kannst nicht laufen? Das ist keine Beine. Ein Fuß vor den anderen. Der meint ja, ich... Wir brauchen ein bisschen Zeit mit dem Auto, bla, alleine. Lauf! Wartet mal. Lauf! Schießt in den Beinen rein. Warum kannst du nicht laufen, Alter? Soll ich dir mal ins Gesicht schießen? Also, okay, er kann wieder laufen. So, er kann wieder... Ja, äh... Hier! Ubi, geh geh weg! Er wird einmal in den Beinen geschossen, aber es war nicht abgesehen. Er hat mal durchfascht. Ah, Ali-Carry geht vor. Ali-Carry geht vor. Ali-Carry geht vor. Alter, warum ist die Supporter ohne Sinn? Alter, warum ist die Supporter ohne Sinn? Alter, der Anfang ist doch wieder leicht. Ich sage nicht, wenn die Serie gezockt sind. Schwierig ist zwischendurch das dritte oder vierte Level, wo du so einer riesigen Horde weglaufen musst. Ja. Oh mein Gott, Alter. Und die Musik ausstellen, ne? Ah, das Endlevel geht eigentlich wieder, wenn man sich da klug positioniert. Ja, da oben auf dem... Da oben auf dem Podest da oben, ja. Was ist das alles? Oh mein Gott, Alter! Hilf! Jetzt nicht mehr! Da geht das schon los, wenn sich die Carrying... Ah, Jockey, da ist ein Jockey, da ist ein Jockey! Hinter dir! Oh mein Gott, Alter, verpisst dich! Naja... Auf jeden Fall, was gab's denn hier noch? Die Gatt und Blubau und so'n Scheiß gab's denn? Ah, hier, Smoker! Ah, hier! Erstmal Smoker! Ah, hier! Alles wohl! Ah, hier! Oh, das ist so ein Mietereinander, den ich jetzt geholt hab. Oh, das ist so ein Mietereinander, den ich jetzt geholt hab. Kannst du dir das bitte unterlassen, mich abzuschießen? Dann steck's im Bild. Ich hab 17 AP verloren. Ich glaub, 15 davon... ...hab dem nicht so... Geiler an diesem Spiel ist einfach die Korub-Komponente. Das war nämlich mit vier Leuten zusammen gegen ziemlich starke Zombies kämpft. Ja, so stark leiden und ordentlich, weil Wallet... Ja, das Spiel immer fortgeschritten. Ich weiß, ich weiß, das ist nicht leicht. Das ist ein Scheinwerfer. Ey, ich hab keinen Bock mehr auf die Pumpe. Weil, naja, wenn man, wenn ein Super-Zoomisch attackiert wird, kann man sich selber nicht mehr retten. Ja, Bitch, das ist das Schlimmste, ey. Wenn die einmal auf dich drauf geht, war er ein bisschen weg vom Fenster. Und ich scheiße, aber wirklich... Oh, hier im Level. Also insgesamt... Hey, oh mein Gott, Leute... Oh... Oh... Oh. Hilf mir. Hilf mir. Ey. Ey. Oh, scheiße. Ich hab auch einige Mocken. Wiese blöde, Alter... Wiese bliese. Ich hab auch viel AP verloren. Wies, Alter, scheiße. Singles, sichles, schließ mich noch... Ich muss nach... ...Mais schließ mich noch auf.... das ist auch hier ich bin da unten noch scheiße, der hängt da, der hat da was am Kopf oh mein Gott, ich hab ein Bein gebrochen komm, steh rauf komm schon, komm ey, du komm, komm, ich muss den aufhöfen warte, ich bleib mal ich muss den Wert abschießen okay, alles klar boah, ich bin wieder heile so, Medi-Faker, sehr gut so, jetzt komm, ich glaub, da hast du Sniper, wollen? ja, hier oben liegt er, ich hab, ja, wie kann man zoomen? mit dem Maus, dem Maus, dem Maus draufdrücken geht nicht, ey, da wechsel ich, da wechsel ich irgendwie nein, bei mir nicht, du musst draufdrücken ja, mach ich doch, geht nicht ich hab, wie gesagt, eine Option extra als einstellen müssen ich hab den Knopf nicht belegt, du musst da mal damals auch nicht aber jetzt hier den Alarm vor den Autos aktivieren, weil sonst kommen die ganz im Borde hier so, schieß mal drauf äh, hat eine Rohrbomben oder so, dann wäre das ja kein Ding ey, das nur richtig ich hab's ja auch so eine Rohrbombe er hat nur ein Ding, ey soberkotzer auszucht ja äh, das nicht ich hör schon, wenn er irgendwas größer ist alter, 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 was ist denn wieder hier jo, ich hab dich gerettet, der Sniper ey Leute, ey ok, ist du da ich hab dich gerettet, wenn ganz normal geworden ist jetzt kommt mal hin ah, hier kommen die Arschlöchter, die Wände hoch komm mal runter, Leute die Hörbombe ist hier oh mein Gott Charger, Charger, Charger oh, alter, hält sich hier, der Leute neben dir also wenn sich dieses Video hört, dass ihr euch einer anguckt ich kann euch nur empfehlen, also leuchtet Ancup-Patch runter ja in der deutschen Version geht eine Menge Stimmung verloren ey Leute, hier ist Munition Komm mal wieder alle zusammen Ich musste dich erst mal finden, Munition Ah, bist du da im Haus? Ja Okay, ah, jetzt haben wir auch Tabletten Damit kann ich kurzerlich leben wieder heißen Was denn? Ich gebe, ich gebe, äh, Mehmet hier rückne, äh, dingens Äh, wie heißt es hier? Ah, hier, dann nicht Hey, hier sind sie bitter Oh mein Gott, oh mein Gott Oh mein Gott, ey, ich ne, achta Ja, er hat Alarm aktiviert Ah, das Ding ist, das war jetzt bitter Ne, 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 da darfst du mich so lehnt Pst, pst Nein, das ist so, Mann Moment mal, ich muss ihn einstellen Ne, ich guge doch mal an den So, oh, oh, okay Alter, Leute, wie wärs mit dem Hilfe? Kommt hoch, sie trifft hoch Ja, da rückt, glaub ich weiter Wir müssen durch, dass ich ja wohlfühlt Wir müssen durch, dass ich ja wohlfühlt Ich verletzt, ich hab kein Affekt mehr Ich laufe mit Black Hawk zusammen durch Was, mal? Wir sind ein paar Ja, Mann, doch, doch, okay Nein, das wollte ich grad denken Ey, Leute, ich hab Brandmonition Bring sie mich hoch Komm, ich leg ihn immer irgendwo aus, komm mal hin Ey, bring sie mich hoch Ey, hier ist ein Witch Ey, hier ist ein Witch Ey, guck Gott, ich hör das für heute Irgendwo ist ein Witch Ich hab ein Elektroschocker Ey, Leute, wie seid ihr auch gekommen? Immer die Treppe Ich hab ne Raubombe Ich hab ne Raubombe Ich hab ne Raubombe Oma Galle hier Ey, komm Der Witz, komm best Lampe aus und schleichen Natürlich, ich hab 19 HP Also Ja Ey, warte, warte, ich leg äh, Ding ins Brandmoni Damit wir die Kinder können Na, ey, am besten, am besten ein paar aus dem Weg gehen Glauben, einer, einer wird so weit drauf gehen Danke Okay Leute, wer hat die Gesundheit? Oh, was hast du mir? Ich hab dir das zurückgegeben, mei Ich habe das direkt genommen irgendwie Gib mal rechts, kriegst du dir Fünf, also drauf Oh, jetzt hab ich dir Falzen gegeben Ja, okay Dankeschön Wo ist die Witch? Warte, ich leg Brandmoni, warte, dann komm ich schnell wieder kennen Warte Endlich, ich hab nicht los Ey, hier liegt ein Medi-Kick, ich brauch das Das die Witch Hört sich wie ein Hunter an Warte Warte Nimm die Brand-Money, nimm die Brand-Money, nimm die Brand-Money. Nimm die Brand-Money, nimm die Brand-Money. Ich hab die Brand-Money. Die ist aufgestanden. Geh... Sire, was ist die? Da, hier, hier, hier ist die. Wir müssen durch die Welt, wir müssen die Welt. Oh mein Gott, da ist die Witch. Alter, die Schwester, direkt nicht, Alter. Jetzt kommt noch ein Hunter, passt auf Leute, Hunter, ich bin down. Krass, was hier wieder abgeht, Alter. Wie hässlich ist diese Witch-Wer? Ich muss euch alle durchbringen, ey, Leute, Leute, Leute. Hier ist Brand-Money. Du, bleib mal stehen, heil dich heim. Dann müssen wir ja hoch wollen. Jo, danke, Mike. Ja, Naturmilch, du sollst dich grad auch mal eben heilen, du hast ja noch Medikin. Ja, ja, ich kann nicht gleich, wenn ich hier ein bisschen weniger hab. Du kannst doch gar nicht mehr laufen. Na, egal, die, dann klappt das schon. Kann er im echten Leben auch nicht. Halt's Maul, die, wie war. Fettes Schweine, Alter. Wieso gekommen, Alter? Wieso gekommen, Alter? Ich hab Bock auf irgendwas zu schlachten. Kommt, Alter. Zu fahren. Und viel zu lange ihn ja aufgehalten. Ja. Kommt, Alter, ich rasier euch alle, Alter. Alles rasiert. Mit Axt. Wir müssen hier hinten rum, hinten rum. Nein. Doch. Ah, Alter, Alter, Alter. Kommt hier hin, Alter. Doch, wir müssen hierher, komm. Ach, Tobi hat recht. Ja, wir müssen hierher. Doch, Modi, Alter. Ich weiß, ey, helft mir, helft mir noch. Komm, ey, ey, komm hin. Memo. Ich bin der, oder? Ich hab... Das ist doch nicht mehr feierlich. Ich hab keine Munition mehr. Das ist echt LED. Und ich hebb dich lasse. Ich hab... Äh, eh, eh, ne. Es ist ja okay. Die Splitter-Munition hier. Dimm Gott, will ich dir jetzt um. Ich hab mir die, ich hab jetzt um. Ich hab dich da runter springen. Vorsicht. Ey, wenn ich da runter springen, verliest du so viel Leben. Das ist unnormal. Ich baue nur die Waffen. Aber den Pumpkar hat mich bereit. Ich hab' ihn mir vor. Ich hab' mich aus הקiert und umalten. Hast du dann noch Rob auf dem Weg gewonnen? Ja, ich hab' ihn geholfen. Nein, lass' da was auch auf dem Punkt her. Ey, ihr könnt ruhig sterben, ich habe einen Defibrillator. Ich hatte mal einen Medi-Kit, das habe ich dir gegeben. Boah, jetzt wird's gut. Boah, das sieht echt geil aus bei mir. Leute! Achtung! Achtung, geht er weg! Oh, hier ist irgendwas größeres, Leute! Ich hab einen Hunter! Danke! Ah, hier, die Zombies zerfetzen sich selber so ein bisschen. Hilfe, Hilfe! Oh, Charger! Scheiße, Jockey auch mal kommt. Dieses Mist, die Roller-P-Steven-Fanis. Immer hier, und sehen. Ein bisschen spürt auf die Zombies. Ach, komm! Dass immer ein Pötter kommt. Kalt! Zwei Zombies, die hier kommen, komplett nicht. So, hab eine geile Robber. Was fliegt denn hier? Ohhhh... Wo ist er? Lade nach! Oh, Minna ist da. Ah, in deiner Haut. Ich hab eine Desert. Oh, jetzt. Mach Endlegger. Halt schon. Und... Alter, welcher ist da krank mit, äh, Dingens? Eißen, Swoppa. Das will sie nicht ziehen, der ist hier. Und hier, und hier, und hier. Und, ey, da ist ein Tank. Ach, du scheiße, Kiten am besten. Da kann man aber nicht. Alter, lächst sie doch bei mir, Alter. Boah, der hat mich glattbach geschlagen, Alter. Der hat mich glattbach geschlagen. Echt? Oh, mein Gott, er schweißt, er schweißt an Stein. Der hat mich aber jetzt mal glattbach geschlagen. Ich versuch, ihn mal zu kiten. Der Rest vom Pöbel löht mir sowieso nicht. So, ey, komm hier runter. Jetzt? Ja, ja, ey, ey. Komm hier runter, leicht gesagt, Alter. Nee, der hat mich übelst bei den Eiern gepackt. Immer richtig. Boah, Natur mich ist komplett so. Der hat mich über halbe Welt geschleudert. Ich bin einmal... Ja, das ist der andere guck, ich hab auch jetzt hier Pferon. Nee, nee, ich war ja auf dem Berg. Der hat mich bis... Ey, wo bist du, wo bist du? Können wir den mit dem Defi wiederholen? Oder ist er komplett zermattisch? Warte, 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 warte. Oh, fuck. Ey, 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 Leute! Wir müssen allein gehen, so. Ey, wir können nicht scheinen. Du kannst nicht gleich mal, du musst, äh... Mit dem Defi-Blas war ich doch. Warte, wo bist du denn? Ja, hier ist er doch. Hier liegt er doch. So, mit dem Defi, die euch da drauf halten können. Wenn es überhaupt noch geht. Ich kann nichts machen. Ja, ja, er ist tot. Er ist tot, 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 er ist tot. Der im nächsten Level ist er. Hier, hier ist er! Wenn man einmal stirbt, kann man den Charakter noch nach einer Zeit wiederfinden und ich hole ihn jetzt mal. Danke. Äh, er lebt mich wieder ab. Oh, die Alarmanlage wäre fast eingegangen. Jetzt hat er das erste Level hier mal abschließend. Ich denke schon viel zu lange hier drin. Hier oben. Oh, Leute, jetzt wird's glaube ich eklafft. Ich glaube, wir sind kurz vorm Safe rum. Ja, wir sind jetzt hier drin. Jo, macht's gut. Ja, verpiss, ich mach's dir auch. Nein, 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 du eklafft nicht mehr. So, das war der erste Part und wir machen gleich weiter. Oh, yeah. Zeigt noch die Kills. Oh, Gott, ey.